Die schnellste Rösti der Welt. Ohne Schellen, ohne Raffeln. Betty Bossi präsentiert ihre jüngste Star, den Rösti-Blitz. Mit dem können Sie Geschwellte innerhalb kürzester Zeit zur Rösti verarbeiten. Das ist vorbei, das mühsame Schellen und Raffeln von Geschwellten. Aber schön eine Reihe noch. Sie tun Geschwellte quer halbieren. Dann drücken Sie eine um die andere Herdöpfelhälfte durch das Schneidgitter vom Rösti-Blitz. Das geht leicht und schnell. Zum Abschneiden der Rösti-Streifen, das Gitter einfach hin und her bewegen und schon sind es auch von der Schale getrennt. So leicht und schnell. Die Herdöpfel-Schale können Sie einfach vom Sieb nehmen. Folgen Sie den Markierungen. In weniger als 5 Minuten ist eine Kilo-Geschwellte bereit zum Anbraten. Das ist der Beweis. 5 lustige Ideen für Rösti-Klassiker gibt es in dem Rezeptblatt, das Sie als Geschenk mit zum Rösti-Blitz bekommen. Das Abwaschen geht ganz einfach. Feil und Einbuchtung übereinander bringen. Beide Teile lösen und unter fliessenem Wasser abspülen. Und weil der Rösti-Blitz so klein ist, findet er überall Platz. Rösti-Blitz inklusive Rezeptblatt. Einfache und blitzschnelle Zubereitung von Rösti. Geschwellte werden gleichzeitig geschält und geraffelt. Grosse Mengen in kürzester Zeit. Bestellen Sie den Rösti-Blitz bei Petibossi.